Jetzt geht es weiter mit einem Schmackal. 1975 war es. Da waren Sie zum ersten Mal in einer ZDF-Sendung. Die Chemismusikanten. Die Chemismusikanten. Die Chemismusikanten. Die Chemismusikanten. Schön, dass ihr da seid. Die Zeit vergeht nicht, wa? Spurlos. Das Einzige, was man immer sieht, sind die Frisuren, die hier ein bisschen enden. Sogar bei den Männern. Auch noch, ja genau. Das erste Fencing war das. Oh, wir haben nachtelige Schlafen. Oh, wir haben gesetet. Also inzwischen habt ihr euch ein bisschen dran gewonnen, denn ihr seid ja Stars, seid ihr geworden. Im holländischen Fernsehen, im deutschen Fernsehen. Aber dieses Lied Tulpen aus Amsterdam, das hat euch begleitet durch all die vielen Fernsehjahre. Das stimmt. Wenn wir Tulpen aus Amsterdam spielen, dann denken wir immer an Holland, an die Tulpen. Und dieses Jahr seid ihr in Kanz-Holland. Und vielleicht denken Sie, meine Damen und Herren, Tulpen aus Amsterdam ist ein holländisches Lied. Nein, es ist ein deutsches Lied. Aha, das heißt also von einem Deutschen komponiert von Klaus Günther Neumann. Aber wenn man jetzt so die Kobis sieht, ich meine, so ein Akkordeon ist ja schwer. Was wiegt dieser Apparat? Also um 17 Kilo. Ach komm, das ganze Mädchen wiegt ja nur 50 Kilo. Aber ich meine, ich bewundere das immer wieder, wie ihr über die Tasten flitzt. Und es gibt hier ein Lied, wo man sagt, das ist gesungen besonders schön. Aber die beiden können das auf der Akkordeon spielen. Das ist ein musikalischer, ein instrumentaler Hochseilakt. Nämlich der Erzherzog Johann Jodler. Und ich würde sagen, erst eine Kostprobe davon, aber dann die Tulpen aus Amsterdam. Gerne, danke schön. Und ich würde sagen, erst eine Kostprobe davon, aber dann die Kostprobe davon, aber dann die Kostprobe davon. Und ich würde sagen, erst eine Kostprobe davon, aber dann die Kostprobe davon. Musik 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 Ein herzliches Dankeschön den Kirmesmusikanten